Die Frischtinger-Beier, hast du gerade gesehen? Ne, ist einfach nur rübergerannt. Ne, da sind doch ja ein Verhaufen noch. Ja, ich weiß. Alter, die beiden, die jetzt aufstehen? Oh, die kommen auf uns zu. Oh, oh. Hi! Wir sind die Sonderlinge und sind heute unterwegs auf einem alten Weg im Wald. Ja. Also einen alten Waldweg. So kann man das sagen. So kann man das sagen. Wird wohl auch so sein. Ja. Wetter ist schön. Obwohl es eigentlich hätte schneiden sollen. Es ist doch ein recht geiles, schönes Wetter. Wenn es euch gefällt, dann da einfach mal auf Abonnieren drücken, bitte. Kostet nichts, tut nicht weh. Das wäre super. Dankeschön im Voraus. Und viel Spaß mit allem, was noch kommt, wer noch kommt, wie es kommt. Ich weiß nicht. Okay. Schon den ersten Fund gemacht. Hier ist es. Das ist ein alter Knopf. Ein schöner alter Knopf, aber kein wirklich besonderer. Das ist doch hier so ein Jesus Nagel. Ja, ein Hufnagel ist es nicht. Aber es ist definitiv kein Maschinellhersteller, weil der ist geschmiedet. Das sehe ich, weil ich selber mal in einer Schmiede gearbeitet habe. Hast du? Ja. Ein krasser Typ. Und das ist definitiv per Hand geschmiedet. Also es ist nicht gestanzt, weil der Kopf ist alles nicht... Also das ist schon... Ein schöner alter Nagel. Ein schöner alter Nagel. Sehr schön. Voll gut. Ja, natürlich. Wenn es Müll, dann auch mitnehmen. So sieht es aus. Ja, ist schon ein bisschen tiefer. Ich glaube dann doch nicht daran, dass es unbedingt Papier ist. Oh! Ach, verdammt! Da ist ja auch rund. Sieht immer noch rund aus. Ist aber nur leider eine Patronenhüse. Eine Schrottpatrone. Was hast du? Oh! Ein Abzeichen. Ja schön, das steht hier ja tatsächlich. 10, 20 Watt. Ist das ein geiles Coinpad, oder? Ja, ja. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Ein riesengeiles Coinpad. Oh! 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 Das recherchiere ich. Und dann gebe ich Bescheid. 23 Jahre DDR. Ne, 22. Was war das? Eine 2. Keine Ahnung. Ich habe doch keinen Plan. Ich bin noch dumm. Hat er recht? Was hast du denn? Na? Noch so ein Abzeichen? Tatsächlich, gehört bescheuert. Gibt es doch ja nicht, oder? Hat ihn einmal ausgeschüttet hier. Ist es der gleiche? Ja. So. Und damit man uns das auch glaubt. Nicht, dass wir jetzt hier eingebuddelt haben. 2 an der Zahl jetzt. Frag doch mal den DTEC. DTEC, helf mir bitte weiter. Das ist doch ganz einfach. Und steht doch auch drauf. 22 Jahre DDR. Ihr Deppen. Danke im Voraus. Ich brauche auch mal DTEC, wenn ich keinen Plan habe. Bestimmt eine Münze. Nee, oder? Noch so ein Ding? Hahaha. Versache. Geil. Ihr habt aber immer wirklich richtig gehasst. Ja. Naja, alles was DDR ist. Ja, genau. Warten. Es gibt genug Leute, die so einen Scheiß sammeln. DDR! Weil es das Land nicht mehr gibt, oder was? Ich hab mal einen Kumpel hier gehabt. Der hat... Du kriegst ja massig auf dem Flohmarkt die Scheiße. Der hat hier so eine... Na, Bleihanspilzei. Ihr habt die da am Tisch festschraubst. Die so ein Rischhex. Die hat ja kistenweise von Arbeit damals, weil sie Deck schreisen wollten. Und die hat die bei IWI für 45... Damals auch D-Mark für 45 Mark verkauft. Also... Ostprodukt, ja. Aber die waren echt gut, die Dinger, muss ich mal sagen. Ja. Mit der Kurbel hinten dran, ne? Die waren echt geil, ja. Weil du so rausgeschoben hast. Genau, genau. Ey, die waren echt geil, die Dinger. Für uns wird die Mark hat die jetzt verkauft. Ey, die scheiße. Ja, die waren echt wirklich gut. Unten dann so zum Auffangbehälter. Genau. Für die Späne. Für die Späne. Früher, ja. So, warte. Komm her nochmal hier. So, jetzt haben wir schon drei Stück Einhellzahl. Na ja. Sveni, du wirst reich. Ich lerne meinen Detektor langsam kennen. Ja. Vielleicht. Und jetzt kommen die krassen Funde aus der DDR. So, hier nochmal. Ja, alle drei Stück. Alle drei. Gutes Coinpad. Ja, super Coinpad. Hat sich jetzt schon bewährt. Ja. So, hier haben wir wieder einen alten Knopf. Knuch. Der Blusenknopf. Stellt euch das mal vor. Der Sven hat ja echt seinen Spatenholt vergessen. Ja. Ja. Es hat einen Spaten. Der Spaten. Hat einen Spaten vergessen. Ja, ja. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Ist klar. DDR Münze. 5 Pfennig. Von 1975. Es ist immerhin eine Münze. Da habe ich also die erste Münze gefunden. Also ein 10 Pfennig oder was? Eine 5 Pfennig. Die sind aber ein bisschen besser erhalten die manchen Euro, die man heute findet. Das stimmt wohl. Ein Euro, wenn der hier ein paar Wochen im Boden liegt, ist der Schrott. Also diesen alten Weg suchen wir quasi ab. Allerdings mussten wir uns schon durch ganz schön viel Müll kämpfen. Ne? Ja, jetzt packt er sie gleich hin hier. Ja, guten Tag. Was so früh dahin trittst. Eigentlich ein schöner alter Weg, ne? Ja. Aber naja, so richtig erfolgreich noch nicht. Nach dem Baum sagst du dann jetzt los, so richtig. Dann fängt die Folge erstmal an hier, ne? Ja. Jetzt hier DDR Abzeichen en masse nach dem Baum hier. Heißt doch auch diesmal oder nach dem Baum. Was sind da? Wespen, Bienen, Schatz versteckt. Ne, guck mal, da sind Waben drin. Tatsächlich. Alte Bienchen. Echt? Ja. Dann wäre ich eher auf Hornissen tippen. Hornissen, Bienen, Wespen, was weiß ich. Man weiß das nicht. Man weiß das nicht. Man kämpft da jetzt auch nicht so aus, ne? Ja, ja, ja. Ich fummel hier gerade so ein bisschen an Sven seinem Loch. Danke. Ja, gefällt dir, oder? Ja. Oh, Svenny. Nee, oder? Ja, doch. Oh, oh, scheiße. Was gut ist? Ich glaube ja. Ich glaube ein. Da muss man mal wieder aufpassen hier. Aber du würdest ja wegmachen, im Ernstfall. Ja, wenn was Schlimmes drauf ist. Setz doch ein hier. Hier, das sieht älter aus tatsächlich. Echt? Doch, warte mal. 50? Boah, was ist das? Ich weiß nicht, das sieht älter aus. Ich will da gar nicht so drauf rumreiben. Auf jeden Fall 50 drauf. Also, ganz ehrlich, würde ich auf Anhieb gar nicht sagen können, was für eine Münze habe ich das noch nicht so gesehen wie gerade. Finde ich auf jeden Fall sehr geil. 50 Pfennig DDR Münze. In diesem Zeitraum wurde diese Münze noch aus Messing hergestellt. Ähnlich wie diese hier. Leider kann ich bei zwei seiner gefundenen Münze nicht mehr sagen, aus welchem Jahr sie ist. Es ist leider nicht mehr zu erkennen. Mal sehen, was passiert. Oh, die sind ganz schön runter. Schade, schade, schade. Irgendwie eine kleine 50 noch zu erkennen. Vielleicht sind es auch nur 50 Pfennig DDR oder so. Ach, die waren eigentlich nicht... Stimmt, die müssen es nicht. Die waren selber selber. Die waren selber selber. Nur so 20 Pfennig Stück sah aus wie Messing. Ich weiß es nicht genau. Na ja, wir... Schade. Ich steck mal als Loch. Also in der Witze. Stimmt, ja. Hast du was gesehen? Ne, ist einfach nur rübergerannt. Okay, bevor das Video jetzt weitergeht, muss ich was dazu sagen. Ja, also Sven und ich waren auf diesem Weg am Sonne hin. Ich habe gerade ein Signal entdeckt gehabt und bin mit meiner Sonne da drüber. Es hat halt gepiept. Und wir haben nichts gehört. Kein Rascheln, sonst irgendwas. Außer, dass plötzlich so ein Geräusch war wie ein... irgendwas Motorisiertes, was auf uns drauf zukommt. Sven dachte irgendwie ein Auto oder irgendwas, was da kommt. Und ich habe irgendwie ein Motorrad oder so im Kopf gehabt. Keine Ahnung. Und es wurde immer lauter. Und plötzlich, ungelogen, maximal drei Meter vor uns, rast ein übelster Keiler an uns vorbei. Eigentlich kannst du sagen, er ist an uns vorbei geschossen. So heftig. Und hat versucht, seine Familie zu animieren. Diesen Weg zu kreuzen. Auch an uns vorbeizurennen. Die sind aber stehen geblieben. Und nur dieses Vieh ist halt an uns vorbeigerannt. Ey. Mit so einer Geschwindigkeit, wenn... Der hätte uns richtig weggerammt. Der hätte uns platt gemacht, wenn er das gewollt hätte. Heftig. Also wirklich richtig heftige Erfahrung. Und jetzt könnt ihr weiter gucken. Die sind doch ja ein Verhaufen noch. Ja, ich weiß. Alter, die bleiben jetzt aufstehen. Ja, weil sie kicken. Komm, die laufen mal weiter. Ja. Aber das Signal... Ja, aber ich... Oh, oh. Die kommen noch auf uns zu. Oh, oh. Wenn wir jetzt mal stehen, dass die erstmal so rot sind, wo stehen. Na klar. Wir sind noch, also... Alter, da geht dann aber auch die Muffe. Ja. Vor allem, das war der Alte. Der Keiler, der Feuerrand ist. Richtig. Alter, kam der dann plötzlich rausgeschossen? Alter. Wahrscheinlich. Ich dachte, das ist ein Auto. Habe ich gerade Herzrasen. Ein Auto oder irgendwas? Ich dachte, was ist denn jetzt so wie immer? Ich komme jetzt hier auch nicht klar. Ja, ich dachte, ein Motorrad oder sowas. Irgendwas zu hat, ja. Da kommt der... Da, 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 da. Genau hinter uns lang, Alter. Ja. Alter, Alter. Ein bisschen gläser in den ganzen Kreis, aber erst die Haarstraße, ja. Wahrscheinlich, ey. Die werden uns nicht überlaufen geraten. Ja. Eher auf alle Fälle. Das ist schwierig. Und ich dachte mir vorhin noch so, ach so laut wie wir sind, brauche ich keinen Pfefferspray mitnehmen. Ja. Und ich habe auch gedacht, naja. Wisse, kann ja nicht passieren, aber die ganzen Wege, die wir hier drin haben, sind eigentlich schon klar. Ja. Richtig, ne? Wir haben hier überall wirklich Wildpfade gesehen. Aber sind ja extra von denen weggeblieben, ey. Boah, krass, Alter. Ein Schwung, oder? Habe ich noch nie erlebt, ne? Wahnsinn, oder? Dass so ein wildes Wildschwein so nah an einem vorbeirennen, habe ich noch nie erlebt. Hier sind sie reingeknallt und wirklich keine... Wie viel Meter standen wir da jetzt weg? Von hier sind sie gekommen. Ja, fünf, sechs Meter. Ja, fünf, sechs Meter. Durch die Kamera mit diesen Weitwinkel- oder Fischaugenobjektiv, äh, Optik. Wahrscheinlich schwer zu erkennen. Aber boah, das waren wirklich fünf, sechs Meter Maximum. Hast du Angst? Alles gut mit dir? Komm! Schaut mal, ist das nicht schön? Haben wir entdeckt. Mitten im Wald so ein kleiner See. Superschön, idyllisch. Oder wie siehst du denn? Herrlich. Sonne, ein total geiles Wetter. Ja. Und dabei sollte es heute schneiden. Wurde angesagt. Ja. Ne, wirklich übelst schön ruhig hier. Richtig geil. So, hier. Svenni hat was gefunden und guckt auch schon aus dem Boden raus. Komm, zieh raus. Echt? Den Satz habe ich schon lange nicht mehr gehört. Oh, abgebrochen. Ach, Mann. Mhhh. Denkst du, es ist komplett? Ja. Also, das bin ich jetzt. Wie auch ein Spachtel jetzt. Ja, toll. Steht was drauf? Müll? Nein, steht nichts drauf. Halt halt Verzierung. Naja, das geht lieber. Nee, nee. Aber dann kann es doch nicht ein zu lange hier liegen. Ja, das ist auch so ein schneidiger Rot. Warte mal, hier steht was drauf. Klinge, rostfrei. Ja. HD. 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 HD ready. Pass aufpassen hier. Sollen sich die Pfoten hier aufschneiden. Nee, weiter links. Weiter links. Ja, das. Genau das. Das ist ein geiles. Das sieht aus wie ein Uhrendeckel. Stimmt. Uhrendeckel, Treifendeckel. Treifendeckel meine ich ja. Ja. Das sieht wirklich so aus. Hier war... Für die Klappe... Ja, sieht so aus. Wahrscheinlich, ja. Sich hier schön am Baum gesetzt und seine Pfeife er braucht. Das ist relativ interessant. Und zwar ist das Leuchtpatrone oder Fallschirmjägerpatrone. Irgendwie sowas. Fallschirm, Leuchtpatronen, keine Ahnung. Durfte aber auch nur DDR sein. Steht hier noch irgendwo was drauf. Leider nicht. So, liebe Zuschauer. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Vom Sonneln aus dem Wald. Altenwald. Wege. Alte Waldwege. Er fährt. Wir hatten ja wirklich sage und schreibe eine super Begegnung im Wald. Wildschweine. Das war schon eine krasse Erfahrung auf jeden Fall, ja. Ja. Also sehr erschreckend, der Moment, wenn der Keiler so aus dem Wald durchrennt und der Rest der Familie vor Angst stehen bleibt und sich einen Weg sucht und dann auch an uns vorbeirennt. Ja. Ja. Ich habe nur da ist dann und alles gut und ja. Ich habe sein Gesicht gesehen. Kreidebleich. Nach 600 Meter. Rechte. Kreidebleich. Ja. So soll das gewesen sein. Hat danach noch die Klopapierrolle von mir verlangt, die ich im Rucksack habe. Lass mich mal schnell hinterm Baum. Ich muss abwischen. Ja. So war das doch. Nein, nein. Ja. Dann, ich hätte beinahe schönen Sonntag gesagt. Mensch. Ein schönes Wochenende. Alles Gute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wo soll ich denn jetzt rufdrücken? Drück da ruf da an. Wo denn? Na oben. Ja.